ARD Text im Auftrag von Funk Ja, ich hab mit dem gleichzeitig getroffen, richtig geil Ich glaub, du hast es sogar reingemacht Ja, ich geh Irgendwie ist das auch schon nicht so geil, was ich hab Ich geh Toll, einer ausgespielt, der nächste schießt Okay, ich geb dir bitte Jetzt einfach wieder unten durchgesprungen Schilder Na, guck dir an So, das war jetzt alles, come on Alter, ich bin schon wieder voll weggeflogen, ich flieg immer voll weit weg irgendwie Ich glaube Hast du durchgekriegt? Nee Nee Nee, ich hab ihn gerührt, aber Nein Hey, ich hab ihn von unserer Seite dagegen geschutzt Nein Ähm Ja, ich hab verkackt, Alter Ja, was soll ich machen? Ich dachte, der Ball hüpft nach vorne Weil er schießt und dann springt er natürlich vorbei Dann wollte ich mit Nitro wieder nach vorne Und weil ich in der Luft war, konnte ich kein Gas geben Weil in der Luft kannst du einfach nicht beschleunigen Das find ich auch richtig scheiße In der Luft irgendwie überhaupt keine Chance, dass da auf Tempo zu kommen Aber es ist ja auch realistisch Aber es kostet fast den Wege ab, wenn du dich so x verklickst, ne Und dann kannst du einfach kein Gas geben Du hängst in der Luft und kannst nichts tun Oh, warte, du hast auf unser Tor geschossen Der hat abgefälscht Achso Sollte ich mit Feierungsschlag hier So, zack Erstmal rausgeholt Komm bitte Oh, der verlängerte Böse Ich verlegere Böse Oh, sorry Sauber Hat geklappt Alles geblatt Machst du nicht Okay, komm bitte Oh, sie hat's auch gemacht Hallo Hallo Oh no Hab dich ganz gereicht Sehr toll, er hat ihn bei mich, ne Ja Dafür nicht Ah, jetzt lag's ja bestemade Ah, jetzt lag's ja bestemade Ah, jetzt lag's ja bestemade Jo, sauber Der muss rein Nein Yes Der wär glaub ich daneben, den musste ich nochmal nachschubsen Da hab ich dich nochmal angeschubst Da musste ich nachschubsen, weil ich glaub der wär nicht rein Sonst hätte ich dir schon mal ein Tor gelassen, du musst Jo Na fuck, äh Ich hätt dich fast Ja, ich hab dich geschubst auszusehen Und der war fast rein mit dir jetzt Ah, okay, du musst Aber du bist auch hier Das ist uns wohl Okay, ich hab' geklärt Oh, jetzt hab' ich mich wieder voll weggebrügelt Da hast du im Brügeln Also irgendwie hat dauert Oh, jetzt hat der mich geklärt Der wär' gekommen, ey Der war richtig gut Oh Ich glaub' ich krieg' ihn Ja, ich hab' ihn Perfekt hier Aber er kriegt ihn auch Du hast ihn auch sauber Der kriegt ihn auch Nein Ich rügel' den hier erstmal weg Oh Nein, ich verkack' Du bist an der Reihe Wie ich das verkack' hab', das kann doch nicht wahr sein Und du hattest den auch noch fast, oder? Ohhhh Ja, natürlich Ich geh' Ich hab' irgend so'n komischen Halloween-Booster jetzt Keine Ahnung, was das ist Ich schließe irgendwie Fledermäuse Marine Ja Ja, der kommt doch Der war doch einer im Tor Das ist das Problem Ja, Mann Immer wenn ich versuch' zu clearn Fliegt er direkt auf'n Gegner Ich versuch' ich den zu clearn Und was passiert das? Toll Eine Minute, zwei Tore Das wird schon wieder schwierig You're really good Muss ja da rein Kein Nitro mehr gehabt, oder was? Kein Nitro mehr gehabt, oder was? Oh! Du warst viel zu weit weggestarrt, ey Und wo ist das? Er ist mit mir Der kommt wieder Und da Möge Died! Kontakt Das ist schon echt heftig hier Wir schaffen es weder einen Rang zu kriegen noch einen Rang zu verlieren Jetzt bekomme ich auch noch so eine Vampir-Antenne So, ich würde sagen, eine letzte Runde irgendwann noch hinten dran Hau raus Und ich werde diesen scheiß Wagen wieder los Den packe ich gar nicht wie so Gizmo Ja, dieser Gizmo-Wagen ist so hässlich, Alter Vor allem spielt er sich auch nicht schön Du musst Ich habe irgend so eine Alien-Antenne jetzt Und meine Fledermaus Nitro So, ich Oh, die haben auch Gizmo aus Nitro Richtige Gangster Oh, shit Ich mach Die sind wieder nicht ganz so gut, glaube ich Oh, doch, der ist gut, der eine Aber nur der eine von denen Sauber gemacht Das passiert Nein, ich wollte dir gerade in die Mitte geben, dann boostet der den weg Oh, no Oh, ich wurde zerstört Ich bin einfach Boom-Stand Ja, steht immer Boom-Stand Ja, steht immer Boom-Stand Ja, steht immer Boom-Stand Oh, ich hab ihn direkt wieder abgefälscht Oh, ich hab ihn direkt wieder abgefälscht Nur Da war Ich Du hast direkt zu mir gespielt, doch, okay Oh, da ist Oh, da ist Ich hab geklärt, einer Glanzparade Ne, wieder nur der normale Warum krieg ich keine Glanzparade? Das dauert es nur, wenn du aufs Ding erklärst Oh, die licht mich Oh, ich wurde zerschläubt, aber ich hab die Kürt Komm, komm, mach das Ding Ach, der schubst doch Ja Wie warst du da? Oh, ich hatte da voll Angst, dass der von hinten kommt Aber schau mal, da kam einer mit Nitro von hinten Das war halt die Scheiße Aber der war doch weit genug weg, scheiße Ich dachte, da warst du sehr da dran. Das wäre nämlich kacke gewesen. Ja, ich bin schon dabei. Von der Seite bin ich irgendwie richtig gut. Ich bringe die Angabe immer direkt vor das Tor, wenn ich von der Seite spiele. Oh nein! Ich wollte den Gegner zerstäuben gerade. Aber in dem Moment fährt er natürlich aufs Seite. Ja, der Erste hat's verkackt, aber der Zweite hat's geschafft und ich hab's verlängert. Und du gehst perfekt rüber und der haut raus und wir machen Doppelrein. Sauber. Ich schiebe ihn auf dich, du schiebst ihn rein. Das nennt man Teamwork. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich mach. Bitte. Versuch's. Nein, ich war zu früh. Nein! Ich hab' einfach. Ich hab' ihn gecleared, aber sie hab' ich weggeprügelt. Und? Warte. Und? Und? Nein! Oh! Fuck, der fliegt nicht gut. Der fliegt so richtig scheiße für uns. So, erst mal den Gegner unter dem Ball durchgeprügelt. So, und jetzt haben wir wieder vollrüstiert. Jetzt der gecleared. Jetzt der Gegner im Griff. Ja, ja, du hast die direkt auf mich. Ich leg' ihn nach vorne. So, ein Mittelball. Huh, nix Mittelball, er wacht ihn einfach rein. Was ich immer für Glück hab' mit meinem Bellen. Ich schieße immer irgendwie random nach vorne zum Mittelball und der Gegner haut ihn irgendwie immer rein. Tim, wie läuft's? Äh, du? Ich. Kommt er zu mir rüber? Süß. Naja, so halb. Okay, bitte. Oh, schade. Ich hab' ihn gestolpt. Er musste jetzt sein. Also, Hanna, der hätt' zum Schloss noch ein Tor geschossen oder so. Das können wir... Oh, nein. Ich hab' zu Speck gesehen, dass der Gegner vor mir war. Da hätt' ich die Ball nicht so langsam gespielt. Oh, nein. Oha. Geil. Alter, geil. Jetzt grad gehst du richtig ab. Oh. Alter, was. Oh, nein. Ich spiel's ja dann wieder vorbei. Ich hab' wieder... Oh, nein. Ich dachte, du war' wir spielen und bitte häng' nicht drauf. Und da war' ich in Millie, Millie, sie könnte zu langsam. Nein. Nein. Hast du gesehen, wie ich kam? Ich hätt' ihn fast erwischt. So, der ist jetzt an, Alter. Wenn ich den rausbekommen hätte, ne? Schau, da hab' ich mich gedreht. Und da war' ich schon zu weit hinten. Ich hätt' ne Millie, sie konnte vorher zurückdrücken, wirst du? Dann hätt' ich's bekommen, ey. So, der kommt jetzt aber zu mir. Schau, da hab' ich. Ich hab' den hast du auch. Nein. Aber die auch nicht. Alter, ich bin nur noch am rumchampfen. Boah, der hätt' ihn gemacht, glaub' ich. Ne, ich war dran. Schau mal, wo ich bin. Ich bin hinterm Wall. Oh, neue Raketenspur. Funken. Na ja, Leute. Ich würd' sagen, das passt wieder heutige Aufnahme. Bis jetzt, beim nächsten Mal in meiner weiteren Folge. Und bis dahin. Servus. Ciao. Ciao. Ciao.